Eskalation Ich sicherlich Fotze Beine weggezogen Ah, ah, nein So knapp Willst du verstecken spielen? Komm raus Ich umgehe ihn Ich umgehe Zur letzten bekannten Position vorrücken Ich umgehe ihn Ich kann mich schnell noch. Okay. Uh, das war Knabe. Und den Fall holen wir uns natürlich wieder. Wer sieht denn mich da? Niemand. Ich muss einmal wieder hoch. Mal kurz Energie aufladen. Ich bleibe mich noch mal hierherher. Aber ich bin nur ganz schön. hier 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 und doch Feuer ziehen unter Beschuss. Wir brauchen Verschlackung. Das Geschütz visiert uns ab. Verkauf! Die Granate kommt! Die Granate kommt! Die Geschütz neutralität. Holen wir uns jetzt. Problems! Wir benutzen Pfeile! Die Granate! Schnelles Feuer entkommen! Ich sichere dich! Ich gebe euch Feuerschutz! Da drüben! Schnelles Feuer! Das war's für heute. Vielen Dank. Es ist zu weit. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich bin hier ganz allein. Ach, da hinten. Ich bin hier. Ach ja, ich bin schon wieder so leise. Was ist das da drüben? Ist denn noch jemand? Ah, da ist nichts. Was ist das da drüben? 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 Oh, was war jetzt? Oh nein! Oh nein! I will take this card Ich lege das gerade. Okay. Wo muss ich hin? Wo muss ich verdammt nochmal hin? Hm. Unfallversorgung in Sektoren 2, Delta 1 bis 5 erforderlich. Alle Kampfsanitäter bedungen gehen. Alle Kampfsanitäter bedungen. Alle Kampfsanitäter bedungen, dass ich einenród september verteidigt hab. Dann verheirat. Wotersfrei! ich sehe den feind nicht aber im gras bewegt sich was doch habe ich eine sichere position aber es ist nur eine frage der zeitlich überrannt werde verstanden ich komme zu dir und verschafft ihr etwas luft auch bei den sektoren 2 Ich weiß nicht, in dem hohen Gras ist das ein bisschen komisch. Immer schön einen Knopf am Kuh. Jetzt geht's wieder mit der Frames. Ich überleg mir schon mal einen Fluchtplan. Romeo Actual, hier Romeo 1. Flugweg Bravo ist geplatzt. Was jetzt? Keine Alternative? Wer zum Teufel sind Sie? Nein, nein, nein! Ich will nicht mit Ihnen reden! Schnauze! Holt eine Klär an die Stippe! Nein, ich will Klär an die Stippe! Wissen Sie los? Improvisieren? Was zum Teufel soll das heißen? Was ist mit Ihrem Plan B? Okay, also da ist ein Tunnel. Sie denken, er wird sofort. Und Sie sind sich ganz sicher, Schätzchen? Tiefel ist irgendetwas, schätzchen wenn es nicht ist, oder? Sie werden sich ganz sicher, die Stippe, hier sind immer noch ganz schlecht. 0,25, 0,25, 2, 8, 3, 5, Profit, ich habe hier einen Ausgang. Verschwinden wir, bevor Cell uns den Arsch aufweist.